Dann gab es im April den Launch von DataGV.at und hier ist ein großes Kein geschrieben. Hier haben wir leider kein politisches Commitment auf Bundesebene bis dato in Österreich und es ist ein Metakatalog. Das heißt, dieser Katalog harvestet sozusagen, bringt zusammen die Datensätze, nur die Beschreibungen, die Metadaten dieser einzelnen Kataloge in Österreich, sammelt diese, macht diese durchsuchbar, um an einem Single Point of Excess einfach die Datensätze zu finden, ob die jetzt von Linz sind oder ob die von Wien sind, von Graz, aus einem Bundesland etc. Ein Wettbewerb wird im Oktober ausgelobt zu diesem Thema, der wird ins nächste Jahr hineinlaufen und wir haben hier 319 gelistete Datensätze und auch gelistete Apps, die allerdings wie gesagt von den anderen zusammenkommen. Dieses Portal ist in einem Beta-Status, wie Sie sehen. Das entspricht auch der Tatsache, um das ganz offen zu sagen. Wir haben dann das Land Tirol im April parallel gehabt. Hier gibt es kein wirklich deutliches politisches Commitment, aber die Verwaltung treibt das Thema vorwärts, hat 20 Datensätze und keine Apps bis jetzt. Es gibt dann auch das Land Vorarlberg mit immerhin schon wieder 50 Datensätzen, auch keinem politischen Commitment auf Landesebene und noch keinen Applikationen und so geht die Reise weiter. Es wurde im Juni jetzt die Stadt Graz hat ein Datenportal freigeschaltet, auch ohne politisches Commitment in diesem Fall, mit 70 Datensätzen und drei Applikationen, um hier noch durch den Reigen durchzugehen. Die Stadt Salzburg, Sie sehen, es wird immer schmäler, hat vier Datensätze freigeschaltet, aber immerhin auch im Juni, wir haben bemerkt um die Konferenz vorgestern, ist relativ viel passiert, also auch um hier Bewusstsein zu schaffen und zu guter Letzt haben wir noch auf der Konferenz direkt oder wurde gelauncht eigentlich das Open Data Portale unseres Umweltbundesamtes mit 20 Datensätzen. Was kann man jetzt zusammenfassen, wenn man das alles zusammenpackt? Wir haben, sagen wir mal, im letzten Jahr eigentlich gesehen, es gibt sieben Datenportale und einen nationalen Datenkatalog soweit in Österreich. Es ist eindeutig klar, dass die Städte dieses Thema treiben in Österreich, also der Bund wird ein bisschen vor den Städten hergetrieben, würde ich mal ganz offen sagen und es ist ein verwaltungsgetriebenes Thema. Sie haben gesehen, wir haben in zwei Städten politisches Commitment, auf Bundesebene leider nicht. Das spürt man auch, indem man die Budgets dann in diesen Bereichen merkt, indem man, wenn man auf DataGVAT schaut, sieht, dass wir von unseren 13 Ministerien leider sehr wenige Daten drinnen haben. Ich glaube, wir haben einen Datensatz vom Finanzministerium und der sind die Standorte der Finanzämter in Österreich, was ein unglaublich spannender Datensatz ist, wenn man damit arbeiten möchte. Aber wir haben heute auch schon gehört, das Thema ist etwas, was eine längere Reise benötigt. Die Städte als Vorreiter, wie gesagt, die Community ist auch noch eingebunden. Nochmal der Verweis, unser Bundesportal ist noch sehr beta und wir haben kaum politische Aufmerksamkeit, was dem Thema eindeutig fehlt. Es werden die Empfehlungen, die ich vorgenannt habe, sehr gut angenommen eigentlich von allen Portalbetreibern. Es sind bis dato, was mir ein Anliegen wäre, keine Daten von Drittanbietern abrufbar. NGOs, MPOs, Privatwirtschaft darf in diese Datenportale nicht einspeisen. Das ist wirklich alles sehr verwaltungsgetrieben. Wir haben einen sehr spannenden Schwerpunkt, sowohl in der OKFO, also in der OKFO als auch mit der Stadt Wien gemeinsam. Der nennt sich hier Open Data Business. Und es gibt einen neuen Schwerpunkt für 2012, 2013, wo ich, glaube ich, auch die Stadt Zürich oder mit der Stadt Zürich und der Stadt Wien beziehungsweise Berlin und auch Liechtenstein sehr intensive Gespräche geführt werden. Am 4. Oktober ist der Auftakt einer Viererkonferenz, die von Wien, glaube ich, nach Zürich, dann nach Berlin und dann nach Luxemburg zur Kommission wandert, wo über Harmonisierung und Zusammenarbeit im Dachli, also im Raum, wo Deutsch gesprochen wird, in Europa diskutiert wird, wo man versucht, gewisse Zusammenhänge, Harmonisierungen zusammenzubringen. So, das war ein bisschen der Status, meine Vision als nächster Schritt, wo sollte die Reise allerdings hingehen? Schon öfter erwähnt und ich sage es immer wieder und ich sage es sehr oft, wir brauchen eindeutig ein politisches Commitment. Wir sehen es in der Stadt Wien, dort haben wir es, dort läuft Open Data wirklich in den Prozessen, es funktioniert hervorragend, die Datenfreischaltung, auch die Diskussion mit der Community, mit der Wirtschaft, die Zusammenarbeit, wie es auch sein soll mit allen vier Stakeholdern, funktioniert hervorragend. Auf Bundesebene ist es leider nicht so. Diese verstärkte Datenöffnung auch in unserem Finanzministerium zum Beispiel wäre eine absolut wünschenswerte Geschichte. Wir haben als eines der wenigen Länder in Europa, ich kriege immer diese schönen Statistiken und da sind wir letzte Stelle kein Informationsfreiheitsgesetz. Wir haben seit gestern immerhin ein Transparenzgesetz in Österreich, das ist gestern verabschiedet worden mit einigen interessanten Dingen drinnen, Informationsfreiheit, Weitergabe, Verwendung, Open Data ist dort drinnen leider kein Thema in diesem sehr langen Gesetzesentwurf. Ein großes Anliegen ist das Öffnen von Registern in diesem Bereich. Es ist in Österreich nicht möglich, dass Sie zum Beispiel schauen, ob es ein Unternehmen gibt, ohne dass Sie für diese Abfrage zahlen. Wenn es dieses Unternehmen nicht gibt, haben Sie für diese Abfrage bezahlt und Sie haben herausgefunden, dieses Unternehmen gibt es nicht. Das ist in Spanien, in Griechenland und in Österreich der Fall. In allen anderen EU-Ländern kann man auch ohne zu zahlen diese Daten zumindest mal im ersten Schritt abrufen und eine große Aufruf an die österreichische Verwaltung und Regierung ist auch eine konstruktive Mitarbeit an unserer neuen Public Sector Information Directive, die in Europa gerade entsteht, beziehungsweise diese Open Data Nutzung forcieren und mir ein ganz wichtiges Anliegen und ein wichtiger Punkt, haben wir beim Herrn Professor Riedl schon gehört, Standardisierung, Harmonisierung sowohl auf nationaler als auch auf internationaler Ebene und den Schwerpunkt haben wir noch, Open Data Business und ich hoffe, ich habe noch ein paar Minütchen, dann würde ich da noch gerne hineinmarschieren und Ihnen zeigen, was wir denn hier gerade machen. Die Frage ist hier jetzt nicht so sehr auf volkswirtschaftlicher Ebene, diese Dinge werden natürlich auch diskutiert, sondern in nachgelagerter Publikationsebene, wie können Business-Modelle ausschauen, wie funktioniert es? Dieses Gold, dieses von McKinsey ja auch schon transportierte, also Daten als neuer Produktionsfaktor, neben Kapital und Arbeitskraft im Prinzip prolongierte Daten in Business-Modelle zu gießen. Und wir haben hier eine kleine Metapher zusammengebaut, wir sagen, momentan stehen wir im Bereich von Open Data 1.0, um dieses Durchnummerieren nochmal zu strapazieren. Das heißt, die Regierungen öffnen die Daten, es werden Applikationsentwickler gehen auf diese Daten und dann werden für die Bürger, und das ist natürlich nicht zu schmälern, aber für Open Data Business schwierig, die Daten in Applikationen gegossen und wir haben Smart Apps in diesem Schritt. Und man sieht auch natürlich, wie die Geldflüsse dann zum Teil funktionieren können. Unser Ansatz, wo die Reise hingehen soll, darüber kann man gerne auch im Anschluss sehr stark diskutieren, ist, wir glauben, dass in der Mitte es Intermediäre geben muss, die hier auf der einen Seite Media, Datenbroker, wie auch immer man sie nennen will, oder Intermediäre halt vorhanden sind, die diese Art Daten nämlich in Service-Labor-Argements gießen, die diese Daten anreichern mit mehr Metadaten, die diese Daten über Schnittstellen bereitstellen, um dann für die Enterprises wirklich interessant zu sein. Also momentan in Österreich zumindest, aber ich merke es auch EU-weit, ist das Interesse von großen Unternehmen, Datenintegration zu machen, mit offenen Daten nicht sehr hoch, weil es keine standardisierten Schnittstellen gibt. Also man kann dann bei uns zum Beispiel zum Portal der Stadt Linz gehen, sich dort den CSV-Fall herunterladen, das Gleiche kann ich in Wien machen. Leute oder Personen unter Ihnen, die wissen, wie man Daten integriert, sehen dann, die Attribute sind völlig unterschiedlich, es ist schwer, das zu integrieren. Unternehmen wollen Enterprises auf Knopfdruck aus einer API diese Daten auch gern gegen Bezahlung in ihre Datensysteme integrieren. Die große Fragediskussion ist, wie weit ist das Aufgabe einer Verwaltung, das zu leisten? Meiner Ansicht nach nicht. Unser momentaner Status ist möglicherweise in der Mitte hier, Private-Public-Partnerships aufzusetzen, die aus Wirtschaft und Verwaltung bestehen. Er hat eine lange Diskussion mit unserem Vorsitzenden vom Bundeskanzleramt, dem IT, dem Herrn Ledinger, der sagte, na wie stellst du denn das sicher, dass der Intermediär die Daten dann nicht verändert, wenn er sie sich holt? Das heißt, so ganz abgekoppelt ist es auch wieder schwierig, um das zu verhindern. Wir haben eine Umfrage gehabt Anfang des Jahres und Sie sehen hier ganz gut, was waren die Erfolgskriterien für konkrete Business-Modelle, wurde abgefragt und wir haben natürlich hier APIs, also Programmierschnittstellen. Automatisiertes Holen dieser Daten ist ein ganz starker Punkt. In unserer Österreicher große Diskussion, klar spezifizierte Lizenzen und Terms of Use. Ich möchte mich nicht in einem rechtsfreien Raum bewegen, wenn ich diese Daten verwende und bearbeite und dann natürlich Interoperabilität, beziehungsweise die Formatsfrage und ganz stark die Maschinenlesbarkeit, also bei uns gibt es Daten der Statistik Austria, zum Beispiel, das sind Statistikdaten in Tabellen, in HTML-Seiten eingebunden, das ist zur Wiederverwendung auch recht schwer, Sie können scrapen oder Sie können sie abtippen, ist nicht wirklich der Vorgang, um wirklich effiziente Datenintegration zu machen. Eine zweite Folie und dann bin ich schon fast am Ende, was sind die wirtschaftlichen Potenziale, wurde noch abgefragt in dieser Umfrage und Sie haben sehr auf der einen Seite ganz stark die Entwicklung von Anwendungen, das ist das, was man auch sieht, also die Universität Galway hat gerade eine Umfrage gemacht oder hat 350 Applikationen entwickelt, hat herausgefunden, 90 Prozent basieren auf der Verwendung eines einzelnen Datensatzes, also dieses Heben des Goldes, dieses Mischen von Datensätzen, um neues Wissen herauszufinden, findet nicht wirklich statt. Datenvisualisierung ist ein ganz großer Punkt und dann kommt schon, das von mir prolongierte, der Bereich der Datenintegration, des Datenmanagements, wird dann, ist schon langsam nachrückend. Ganz rechts auch interessant, auch die Öffnung der Daten von der Wirtschaft ist ein springender Punkt, Mass Customization sind schon Schlagworte, Innovation durch die Wirtschaft, also auch hier die Daten zu öffnen. Das ist die letzte Folie und das ist ein bisschen auf dieses Open Data Business, sage ich mal, aufgehoben. Ich war in den letzten Wochen sehr viel unterwegs vom European Data Forum über die SEMIC Interoperabilitätskonferenz der Europäischen Kommission bis hin eben zum Digital Agenda Assembly und auch dort wird sehr viel über Datenintegration und vor allem über Open Data gesprochen. Und was sind denn so die Knackpunkte dort gewesen? Einerseits Publikationsprozess adaptieren, hier geht es natürlich auch darum, in der Forderung zu sagen, nicht immer zu schauen, welche Daten kann ich freigeben, sondern vielleicht umgekehrt zu denken, welche kann ich denn nicht freigeben und alle anderen werden automatisch freigegeben. Der zweite Punkt ist die Freigabe von Daten, aber auch sehr verstärkt die Pflege der herumliegenden Metadaten nicht zu vergessen und von Anfang an möglichst zu berücksichtigen, denn wenn man das später anfängt, weiß jeder, der mit Daten arbeitet, ist die Kostenkurve extrem hoch und bedeutend höher. Interoperabilität und Standardisierung, auch hier vielleicht Richtung Schweiz, Richtung Zürich. Ein Gedanke, es gibt mittlerweile sehr schöne Empfehlungen von der ISO, von der Europäischen Kommission, auch vom W3C, zum Beispiel für Datenkataloge Ticket, hier genannt ein Vokabular da drinnen, sind auch die Metadatenbeschreibungen schon für Open Data beinhaltet. Wir in Österreich haben unsere eigenen entwickelt und ich habe letzte Woche den CIO vom Paskenland getroffen, die haben auch die eigene Metadatenschema entwickelt und und und. Also überall werden die Inseln momentan schön entwickelt. Wenn wir das zusammenbringen wollen und die Idee ist ja, Cross-Border-Services auch übergreifende Applikationen zu entwickeln, müssen wir schauen, dass wir uns auf gemeinsame Standards einigen. Daher vielleicht auch dieser Blick in Richtung Ticket und ESA ein ganz spannender. Linked Open Data, vernetzte offene Daten, um hier wirklich den Mehrwert der Datenintegration auch zu schaffen, Prinzipien anschauen, Technologien anschauen. In Europa, aber auch in der Schweiz mehrsprachige Lösungen zu finden, eine große Herausforderung im europäischen Raum, weiß nicht genau, aber wir sprechen 14 oder 17 Sprachen in Europa und das ist natürlich nicht so einfach, hier offene Daten dann übergreifend auch wirklich zu machen. Eine EU-weite Lizenzempfehlung, wird vielleicht der Rufus Pollock noch was drüber erzählen, ist eines seiner Hauptthemen, was ich weiß. Und dann etwas nicht zu vernachlässigendes und mir auch ganz wichtig, und da glaube ich, wird der Nigel Shetpold auch was erzählen, den Bildungsbereich in diesem Bereich zu forcieren. Es gibt eine Studie zu Big Data von McKinsey vom letzten Jahr, die postulieren, für die nächsten 15 Jahre eine Million fehlende Datenanalysten nur in den USA. Momentan ist das, sage ich einmal, eine sehr schöne Orchideenlandschaft, wer wirklich mit Daten arbeiten kann. Um wirklich dieses Potenzial zu heben, brauchen wir Beispiele, wie in UK gibt es die School of Data mittlerweile, beziehungsweise das Open Data Institute in United Kingdom. Das heißt, die Bildung, die Media Literacy, all diese Dinge, wie arbeite ich damit, muss unbedingt unterstützt werden. Das war's von meiner Seite und ich hoffe, es waren spannende Dinge dabei.